Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tales from the Borderlands. Wir befinden uns in der Wüste mit Vaughn und Reese. Wir wurden getrennt von Fiona und Sasha. Und was, KISS, hat uns jetzt hier... Ich glaube, ich hätte ja das Auto, oder? Das ist lustiger als die Waffe. Vazquez hat uns jetzt hier gefunden und will uns umbringen, aber er ist zu dumm, seine eigene Waffe zu benutzen. Hersteller Hyperion, Analyse, super genial. Oh, was ist los? Nein! Oh, shit. Ich war zu langsam. Shit. Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Ich war hier fröhlich mit euch am Plaudern und dann erschießt mich der Typ einfach. Ja, 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 komm, ich weiß. Ich weiß, dass ich gleich einen schmerzvollen Tod sterben werde, wenn ich nicht schnell genug bin. So, use it to hack something and get us the hell out of this jam. Figure out how you can pay me back later. I've got you back. Okay. Okay, mess this guy up. Ja, ja, komm schon. So, okay, diesmal beilen wir uns etwas. Höchstgeschwindigkeit super schnell. Preis, wenn sie fragen müssen. Es schert niemanden, dass sie überkompensieren, wenn es so gut aussieht. Okay, wir greifen mal zu. So, was können wir denn alles schönes hacken? Super. Radio. Gaspedal. Das Gaspedal klingt doch spannend, oder? Ein auf Hochglanz polites Gaspedal entworfen für Bequemlichkeit gebaut für Geschwindigkeit. Da kommt der Fuß drauf. Ouch. Okay, Vazquez, das war's. Oh, scheiße. Hans und Jack nimmt Kontrolle über uns. Er lebt noch. Gut. Das ist irgendwie keine coole Idee, jetzt hier durch die Wüste von einem Auto zu fliehen. Also, wenn, dann würde ich mich unter Steinen oder sowas verstecken. Loader-Bot ist auf jeden Fall eine kleine Zicke, kann das sein? Da hat man einmal seinen Kumpel in die Luft gesprengt. Oh nein, er sagt nicht, diese Entscheidung muss ich jetzt treffen. Oh nein. Okay, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was jetzt genau wo war. Bei Old Haven war doch die eine Frau. Komm, nach Old Haven. Einer als, äh, als eine der ältesten historischen Siedlungen Pandoras hat Old Haven eine Vielzahl verschiedener Einwohner beherbergt. Soll einmal eine Festung der Crimsonlands gewesen sein, zuerst verlassen. Anomalie entdeckt. Die Messungen zeigen einen ungewöhnlichen hohen Energieverbrauch. Und was, wie sieht's aus bei Holopoint? Holopoint wurde als Höhlen-Netzwerk unter die Berge gebaut und scheint verantwortlich für die vollständige Abholzung in der Gegend zu sein. Bei ihm hat er ein Vielzahl krimineller Elemente, Herkunft unbekannt. Hinweis auf Kopfgeldhochstabler, alias Philona gesichtet. Belohnung erhöht auf, okay, da ist Fiona. Dann werden wir Fiona unterstützen in Holopoint. Ja, ich glaub, das ist ne gute Idee. Wir machen das, ziehen das zusammen durch. Ich glaub, dass wir Fiona auch vertrauen können. Das ist ne gute Sache, Fiona an unserer Seite zu haben. Nein, 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 nein. Dann muss ich, glaub ich, irgendjemanden schlagen. Ich wusste, dass da irgendwas komisch ist. Unglaublich! Ich habe einen. Wir sollten wahrscheinlich ihn enden lassen. Okay. Ich bin gespannt. Warum wählst du, zu Holopoint zu gehen? Was war das, was da zu gehen? Ich bin wunderschön. Im Patient. Hey, ich bin zu genug Hyperion-Management-Workshops zu wissen, dass du niemals in der Weise von Worker B's tun die Arbeit für dich. Ja, was du anstattest, ist, komm in in der letzte Minute und ruinst alles. Wir alle haben unsere Reasons. Und ich glaube, dass du gut genug bist. Wenn sie waren, wir nicht hier wären. Ein Mann kann nur so viel nehmen. Glücklich, du bist ein Weg von einem Mann. Wir waren in der Desert. Du hattest ein Auto. Habt ihr sogar gedacht, zu kommen, um uns zu holen? Wir hatten unsere... Was? Wie alles begann. Das Ding zieht aber ganz schön. Trotz einem Reifen. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Du denkst, dass die Leute gut sein werden? Ich bin sicher, dass sie etwas herausfinden können. Wahrscheinlich. Aber, um, die Badlands sind praktisch ein Graveyard. Das wird alles gut. In der Wärmung? Mit den Skaggern? Ich bin nicht so sicher. Wirklich keinen Gedanken daran, verschwendet uns zu helfen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ich bin nicht so sicher. Wir können sie nicht helfen, wenn wir wollen. Ich hoffe, sie wird es fixiert. Wir sind nicht genau in Geld. Wie wird sie ihn tun? Ich meine, ich glaube, es ist nicht genau eine Charity. Und wir definitiv nicht können hier raus, wenn wir das nicht fixiert haben. Oh, bitte. Das ist mir, das zu tun? Ich kann das nichts, was ich nicht zu tun. Okay, don't get too cocky. We'll figure it out. Don't worry. Stay here. I'll do the talking. Hm. Hm. Wouldn't have it any other way. Also, kennt sie diesen Ort, ja? Das ist aber nicht der, wo wir herkommen, oder? Schluss mit der Musik hier. Keine Zeit zum Feiern. Ach, das ist wirklich so, ne? So ein Kalender hängt in jeder, jeder Werkstatt eigentlich mehr oder weniger rum. Und wenn so ein Poster nicht rumhängt, oder so ein Kalender, dann seid ihr der Kunde und es wurde extra abgehangen wegen euch. Scooter liebt Autos Frauen und Autos... Oh, ich bin ein bisschen Distracted. Ich hoffe, ich werde diesen Ort auf dem neuen Proprieter heute geben. Und ich muss alle diese Nummern und Sachen in Ordnung haben. Nein, das ist viel. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Transition von Small Business Owner zu Franchise Owner ist surprisingly schwierig. Ich habe nicht gesehen, dass ich so viel paperwork, seitdem meine Mutter und meine Freundin versucht, mein Bruder, mein Bruder und Gesi... Wow, das ist ein wirklich schönes Ort, wo du hier hast, Scooter. Oh, danke, Mann. Das bedeutet viel. Business has been a little slow so far, you know, being in a hidden Cape Town and everything. Ja, das ist glücklich. Hope they pick's up, though. Holy crap. I knew I recognized this brick from somewhere. You were in the latest Boston over death rally. Oh, I was there, man. Did you see me? I was, I was waving. You were a badass. You want the latest Boston over arena death race thing? Winner. Badass. Das ist geil. I can fix it, but it's probably going to run you about 25 hundred. 25 hundred? Uh, that's a little out of my price range. Not to be implied or nothing. But you must have won a buttload of money from that race, right? Where did it all go? Oh, that's a little out of my cousin, right? They said that his sister's friends, neighbor's husband, won one of them racees one time, and the cats kept them fed for weeks. Yeah, someone stole it. Can you believe that? Yes, actually. Yes, I can. Well, tell me this. You think you could ever see yourself racing again? Let me pitch you something. And it might be crazy. But if you keep racing, I would love to endorse you as a sponsor. What do you say? Yeah, so ein paar Todesrennen machen ist doch super. Maybe like a billboard, a couple of commercials, product placement. You'd be huge. Scooter, sir. You have yourself a deal. Yeah? Oh, man, this is awesome. You will not regret this. No way, no how, man. But, uh. Say it once for me, man, you know. The catchphrase. Catch a ride. You know what? Come on. Don't be shy. I'm your sponsor now. Gotta hear how you do the catchphrase. Go on, do it. Catch a ride. Hehehe. I thought it was schlecht. I'm thinking that we put a big old ad on your van, you know. Like maybe a picture of me with like, catch a ride up above it. You know, I'll cool, right? I'm looking all badass at you and they'll put some badass pictures of you with your car and your hat and all that. Hi. Scooter, right? Er scheint mir auf die Kleine zu stehen, wie es aussieht. Alright, man. Here's my standard endorsement contract. Don't mind the sub clauses about explosions and whatnot. I might have copied it from Torg. Anyway, I figure as long as I'm in there and you're doing it for free, maybe you want to splurge and get some of the special packages. I got some good ones. Okay. I know it's a big decision. You go ahead and take your time. A lot of good choices. I know, I know. Diebstahl-Risiko 0%, Selbstdarstellung minus 100%, reguläres alltägliches Wagenpaket, getestet auf maximale Gewöhnlichkeit und den anspruchslosesten Geruch von neuem Auto. Holzverkleidung, ja. Acht-Track-Spieler optional. Genieße mit deiner Familie oder deinem Banditen-Clan. Diesen klassischen Design von Jacobs mit EZ Whitewood ist die eiserne Donnerbix perfekt für Angriffe auf gegnerische Lager und große Fastfood-Lieferungen. Dann haben wir noch Jacobs, Klasse Plus 100, andere Upgrades, optionales Gläschen Burgunder. Bitte nicht unter Alkohol-Einfluss fahren. Ähm, handgearbeitete Feuerreiche trifft in dieser charakteristischen Skin auf den von Robotern eingelegten Metall-Ligierungen. Überfahrende Tiere sind gerade um einiges eleganter geworden. Ja, den Kram, den kann ich nicht kaufen. Wie soll man so viel Geld haben? Entzündlicher Stil. Morley Van. Verändern zum Entzünden. Ich weiß gar nicht, bringt es überhaupt irgendwas, was ich hier kaufen kann? Also, das Scooter Special. Ich glaube irgendwie, dass es halt überhaupt keinen Einfluss hat, wenn ich jetzt hier irgendwas kaufe. Ich kaufe einfach wirklich die einfache Variante, glaube ich. Ich glaube, wir werden sie einfach zurück in die Faktorie-Settings nehmen und schrauben die extra Geld. Ah, kein Problem, kein Problem. Wir können einfach mit den Basiken stecken. Und nicht schuldig, wenn du das Flass verletzt hast, doch. Hauptsache, das Ding fährt. Ich brauche das Geld nochmal für irgendwas. Okay, wer kommt da? Der wusste doch eigentlich, wer wir sind, oder? Oh, er hat uns wirklich nicht verraten. Ja, ich brauche das Geld. Ich hoffe, ihr Mädchen nicht zu schrauben. Ich mache meine Aufgabe, um die Ruffians und Krabbe aus meiner Garage zu halten. Ich bin ein wirkliches Protektor. Warum hast du das gemacht? Hey Mann, ihr zwei sind meine Kunden und sie sind tollen Leute. Wenn du Leute hinter dir hast, das ist nichts von meinem Geschäft. Aber ich werde dich nicht sein, der dich in. Was, wenn sie dich versuchen, zu töten? Dann wäre es nur ein paar Tage, die Endeffektion. Warum? Haha, weil die Tage sind und warum? Aber wirklich, die Leute, die mich versuchen, zu töten, nicht so neu. Ich bin dran. Es scheint, dass es ein paar Schmerzen sind, die auch für dich. Du hast einen Platz, um zu schrauben, während ich dein Auto verletzt habe? Es ist zu risk. Ich glaube, wir sollten uns bleiben. Ich sage, dass wir die Sicherheit haben. Wenn Felix nicht da schon mal ist, wird es alles, was wir brauchen. Geld, gear, neue Ideen. Ja, ich weiß nicht, ob das Safehouse bei Felix so eine gute Idee ist. Wanted Dead. Okay, das war doch die eine. Das war doch die aus dem Video. Die hinter dem Schlüssel her war. Dem Vault Key oder was auch immer das Ding ist. Was die Map, diese Karte da beinhaltet. Oder? Die sah auf jeden Fall schwer danach aus. Die mit den roten Augen. Okay, wir schnappen uns schnell das ganze Geld, was hier rumliegt. Was? Das Radio mal lieber aus, oder? Hätte er irgendwo einen Hinweis hinterlassen für uns? Immerhin haben wir ihm das Leben gerettet. Ist hier keine Nachricht für uns? Oder irgendwas? Felix war sicher nicht ein Wissenschaftsfiktion. Den Code hat er schon mal nicht geändert. Eben, ich glaube, dass er eine Nachricht hinterlassen hat für uns. Das habe ich zumindest gehofft. Pepst gebaute Granate, ob die so safe ist? Naja, nehmen wir die mal mit, was soll schon passieren? Dann lass uns mal... Man kann irgendwie das Inventar nicht auswählen. Das ist ein bisschen komisch. Aber so kann ich es überprüfen. Na, dann hat er wohl irgendwo was geschrieben. Die Spur ging doch hier hinten in die Ecke, oder? Was steht da? Heiß? Ja, der hat irgendwas unter dem Stuhl versteckt. Was ist Geld? Geld? Munition. Okay. Da ist schon keine Munition drin. Geld, sag ich doch. Oh, hallo, sexy. Du kommst mit mir. Da ist noch Geld drin. Noch eine Granate. Was ist das? Das ist ein Echo-Comb. Warum ist das? Wenn du das gesehen hast, ich glaube, dass ich weder dead oder schlimmer bin. Mein Plan funktioniert. Ich bin sorry. Fiona, Sascha... Es gibt so viel, was ich möchte dir sagen, aber... Je weniger du kennst, desto besser. Oh, gib mir eine Pause. Halfway durch die Kon. Ich wusste, dass wir mit Valerie verletzten. Ich wusste das. Und ich habe das nie gezeigt. Ich habe es auch für dich. Na gut, wenn du das guckst, wird es nicht lange, bevor sie nach dir kommt. Change deine Namen. Change deine Appearance. Change dein Leben. Valerie? Kennst du deinen Namen? Und geh. Ich gehe um die ich hatte und verblendet mich. Aber weißt, dass ich dich beide liebe. Mit all meinem Herz. Ich weiß, es ist okay zu sein, Sascha. Gut! Weil ich bin. Ich werde nicht noch ein paar Sekunden von ihm zu hören. Ich kann nicht glauben, dass du ihn verletzt hast. Warum hast du ihn verletzt? Du solltest du den Schein verletzten. Du solltest den Fall explodieren. Ich kann nicht das passieren. Ich bin für ihn mit ihm. Es war immer über das Geld. Als ein gewaltiger Mal eröffnet hat, er uns verletzte. Wir hatten. Wir hatten in unseren Händen, Fiona. Ja, das nenne ich mal ein Versprechen. Ich hoffe, dass wir das halten können. Das wird noch ein langer Weg. Ich würde irgendwie erst mal zusehen, dass ich hier wegkomme. Wenn das wirklich so gefährlich ist, wenn diese Valerie so gefährlich ist, dann seht zu, Leute. Was ist das? Es ist eine Art Upgrade. Es ist immer nur ein einziges Schuss, aber sieht aus, dass es einen Elemental-Effekt an der Bühne gibt. Es sieht aus wie ein Backup-Plan. Hm, dieser kommt mit einem anderen Schuss. Jetzt habe ich zwei Bühne. Cool. Gut, dass ich die eine aufgespart habe. Und für Sascha haben wir auch noch ein Abschiedsgeschenk. Er hat euch auch etwas gegeben. Ich will nicht. Es ist gemein. Kroger, Schnurrbart. Finch spricht nicht über seine Haare. So bekloppt. Wissen Sie sind beide? Was machst du? Schön. Wissen Sie haben eine Pfanne für ein Sandwäck? Guckes Haar. Was soll das sein? Das bedeutet, dass dein Haar ist schön. Ich werde dich im Gesicht, wenn du zu schnüssen, wenn du mitverlässig bist. Binge, warte auf. Ich will nicht über seine Haare überhören. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Du hörst mich raus. Du siehst mich auf dich. Mach ihn durch diesen schönen Boden. Und für was? Für nichts. Du zwei hast alle Bounty Hunter und Pandora looking für dich. Und du machst ein Sandwich? Tie sie auf. Lass uns hier raus. Oh, sie ist schnell. Bitte. Du bist selbst verletzt. Du sagst. Go on. Fiona, shoot him. Do it. Du zeigst das an einem Mann, der hat Leute, ihn in den Kopf für Spaß zu schießen. Ich bin meistens drunter. Ich scharfe 40 Dollar. Aber du kannst das für frei haben. Go on. Ich will nicht mehr klinchen. Normalerweise ist das Elektrozeug ganz gut. Fiona, nein! Hey! Die erschießt mich einfach dieser Sack. Oh, wie scheiße ist das denn? Okay, woher soll ich wissen, auf welches Element er besonders stark reagiert? Ich probiere es mit Elektro, weil Elektro ist eigentlich ganz gut für Leute, die Schilder haben bei Borderlands. Aber vielleicht ist es auch komplett egal. Keine Ahnung. Oh, sie ist schnell. Bitte. Du schießt dich selbst. Go on. Fiona, shoot him! Do it. Andere war erlaub ich nicht, ne? Ne? Okay, ich kann nur auf ihn schießen. Ja, treten. Treten ist gut. Hey, Mann! Hey! Hey! Jawoll! Go! Erschießen! 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 Okay. Was ist das für ein Ding? Ah, das ist Valerie. Ne, Athena. Knallharte Auftragsmörderin. Hast Atlas. Sie sind meine Frau! Geh weg! Ich dachte, du vertreten. Du hast es falsch gehört. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Augenblick, um diese Episode zu beenden. Ja, Athena ist also nicht Valerie, aber Athena ist die, die wir gesehen haben in dieser Zwischensequenz von diesem Kerl, dem wir das Auge rausgerissen haben, der noch lebte. Der arme Typ. Die hätten den ja zumindest, er ist ja nicht tot, nur weil sie ihm das Auge rausgerissen haben. Ich meine, okay, so begeistert wird er nicht sein, wenn er wiederbelebt wird und nicht mehr sehen kann, aber ich meine, okay, es bleibt jetzt abzuwägen. Besser sterben oder besser beide Augen raus und trotzdem leben. Sie hätten ihn zumindest wiederbeleben können, finde ich. Nun gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, hier bei Tales from the Borderlands. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Ciao, ciao. Ciao, ciao.